25. Part aus Platoon 2 Wir sind auch faul an dem Let's Play, wir gehen zurück, nämlich am 25. Part, also Silber Jubiläum, geht es kreuz und quer über dem Meer. Das kann ja auch ganz witzig gehen. Oh mein Gott! Wir gehen uns da rein und gucken. Und es lief flüssig, es war wirklich ein interessanter Level. Es sind auch oft Game Overgang für die blöde Fisch zu kriegen. Das Zeug fällt mir doch schon. Da könnte man doch richtig runtergehen und das Level wäre fertig. Schmeckt doch nicht? Wir gucken uns mal hier rundherum, okay. Oh, cool. Mhm. Und da geht doch noch ein paar hin, okay. Geht los da hin. Das ist mal Rimmel gut in unser Herz, sie gesagt. Also es sind nicht die Leichtwelt als grandios. Du hast ja nicht mehr... Okay. Wann, wir gehen dem ganzen Spaß mal rein. Auf eine Entdeckungstür. Du werden wir schon hier kommen, okay. Das Zeug ist interessant für die Schriftrolle. Also du möchtest hier auch einen guten Umsatz. Und ich bin der Meinung, Sie hätten hier so ein ganz was in der größten Welt zu basteln. Weil mittlerweile haben sie schon ein Potenzial dafür, für das hinzukriegen. So, da müssen wir hier ein bisschen. Okay, wir stehen hier mal gut, da gebe ich so. Ah, hier ist der Fisch. Ach du Scheiße. Kommt hier mal wieder und da können wir doch... So, du nirgst mal nicht. Also die Fisch ist gut, weil ich stoppte, da habe ich gesehen, ich habe die Chance, hier hier direkt zu vorne. So, und hier steht einfach perfekt, ich will so, ne. Aber wir müssen jetzt mal hier hochfallen, und wir gucken, was da noch so ist. Okay. Also die Fisch ist gut gemerkt, wir haben alle Respekt, für den hier direkt zu vorne, und dann ist auch noch kein so schlechtes Licht, und ich weiß, ich muss dann einfach die Fisch sind. So, wir gucken noch hin. Kriegen wir da noch? Ja, da kommen wir da noch hin. Wir schauen, in einem kleinen Challenge. Erstmal frei drauf zu bleiben, und nur den richtigen Moment zu finden. Für das dort zu möchten. Voila. Und ich meine, du wirst nicht mehr als du, als ein guter Passage gewischt. Gut knifflig. Wie ich mir feststellen kann, geht nur noch ein bisschen Führung. Ja. Ja. Es geht gut, Führung. Jetzt, weil du heißer Führung gehst, oder? Da sind ja noch nicht. Ich geseh mir schon, dass wir eigentlich Schriftrolle Führung haben. Ja. Mhm. Da gehen wir mal ein bisschen rauf gucken. Du. Naja. Du kannst. Denk nicht nachstehen. Ich guck uns noch ein bisschen. Das hier. Überall kontrollieren. Ne. Ja. Das ist doch einfach nur eine Möglichkeit. Heute. Ich brauche mich schon, dass ich nur den Fisch von hier. Vielleicht ist der Fisch von hier. Vielleicht ist die Fisch von hier. Die Fisch von hier. Die Fisch von hier. Und das wird auch nicht. Ich habe mir gesehen. Dann kommt noch von einem Lief oder hier. Also kannst du hier bleiben. Kann ich. Okay. Geht da los. Ah! Okay, gut gemacht. Soll ich jetzt mal heimgucken, den Lift mal da rupzukreien. Jupp. Darf roh'n ich mich, wenn ich's mal lohmach. Und sich schon heimkomm'n und dann... Okay, da war's. Voila. Mal gucken, wie du... Ich komm schon da. Ich muss aber wahrscheinlich einen scheiß Sprung machen. Ja. Also knifflig levelieren. All Respekt. Das... Die lässt die Welt zu sich gut. Also du... Das hätte ich nicht mehr davon gesehen. Du kannst ihn auch als Nintendo-Fanboy. Na, ist eigentlich das so. Und dann... So. Haben wir den Checkpoint? Müsst mal auch die Schriftrolle gesäuert. Und hier ist das nicht mehr so. Voila. Und hoch. Oh, verdammt. Okay. Das wird interessant. Ja, das hast du gut gemerkt. So Stoßmomente... Muss da eine gewisse Balance sein, am Ganzen. So, das können wir mal nur vielleicht richtig... Soll ich einfach aus der Tour nicht gelaufen hat. Ich will alles hier e-Karte erinnern und da gucken, ob wir... Rebots kommen. Ne... Genau. Wahrscheinlich nochmal Game Over, weil der Tour ist sauer. Feingefühl ist nicht da. Wir haben es richtig gesehen. Das ist gut, dass du da bist. Ich werde dich mal hier draufsetzen. Hier mal hin. Gucken, das hier zu handeln. Das hier ist gut. Das hier ist gut. Das hier ist gut. Das hinten hier. Das hier. Das hier. Das hier. Hier mal ein paar Geregen. Dann ist man quasi gepackt. Dann schaffen sie mal. Voila. Piu. Nichts mit dem Game Over, gebe ich mal so, oder? Oder was? Euer erster Bruder. Was ist los? Okay. Ja, okay. Ich weiß nicht, dass ich das nicht kann. Was? Es ist doch cool, dass wir den Nebenhof hier hören. Der hat der Bescheid verfallen. Oh, hier lebt er doch noch. Ah, den wird doch los sein. Da muss ich schnell nicht mehr raus sein. Aua. Wir wollen hier mal aufwerden. Und den ausfütti. Und da kann man auch mal hier ab. Vier. Mhm. Wollen wir mal einen Kerem rüber gucken, gib ich so, ne? Ja, da wäre doch noch etwas geschehen. Ja, da habe ich auch noch einen Kärchen. Da können wir noch einen Zwieter gehen, ja? Ich muss noch ein bisschen Mindgames machen. Ihr wisst, wie das gerade so lebt. Bei meinem YouTube-Channel. Da, wie du wärst, wer furcht? Oh Gott, ich bin so schnell dran. So, weil wir jetzt mal hier abkommen. Und dann? Oh Gott. Oh Gott. Das ist gut gemein. Und ich meine, so kriegen dann den Schlüssel wahrscheinlich. Und ich meine, so kriegen dann den Schlüssel wahrscheinlich, ne? Dass der Toll und die ganze Zeit am Kreis rundherum wird. Ich brauche, wir bleiben nur hier sitzen. Und das machen wir gerade. Und ich meine, wir müssen alles gepackt und dann kriegen wir den Schlüssel. Okay. Das ist geil gemein, Nintendo. So Levels muss ich von Anfang an hin, für so Mindgames, für so Überlegungen zu machen. Perfekt. Und ich muss das Ganze abmachen. Und ich muss das Ganze abmachen. Und ich guck mal, was geschieht. Ich meine, wir kommen noch in die Battle. Ja. Naja, das ist toll. Das ist wirklich alles. Wow. Das ist aber enttäuschend gewesen, dass ich den Schlüssel, wenn ich den Battle-Luft her gestallt. mit einem guten Umsatzraum teilweise, also ich möchte das Spiel nicht komplett verlieren, dass einfach nur zu frei gewascht gehen. Hätten sie zwei Jahre nach 400 geschafft, das Spiel wäre exzellent gewesen. Weil wir gucken in die Schrift drauf im Land 24, eine Aufhandlung über die meistens Waffen werden von den Oktarianern angesetzt gehen, beim Schwerpunkt auf den Nahrsatz von Tentakelern zur Steuerung. Der Know-how hat dieser Technik aus der Rechte von der Welt 15 Uhr am Vierer aus. Keine Bisse kritisieren, 15 Uhr am Vierer aus auf Splatoon 2. Fragezeichen ich doch nicht. Also, ich finde ehrlich, seit dem Spiel 2020 kann ich rausbringen. Ich werde nicht traurig gewischt, ich werde zufrieden gewischt, und ich habe nicht nur heute immer so eine Szene gehabt, wo Leute drauf wären, die einfach enttäuschend gewischt sind, und auch Leute drauf sind, die einfach nicht mehr hätte müssen. Aber gut, das war nur der Jubiläum Heimat 2021. Ich gebe nur noch eine Runde, weil wir nach 10 Minuten hin zurückgehen, in den Copolis, und noch eine Runde online spielen gehen, weil wir nach 10 Minuten in den Platz gehen, aber ein bisschen zu eng, ein bisschen zu klein. Da kann ich noch ein paar Themen ausschmerzen, wie das läuft. Heimat dem ganzen Heimat mit VGL losplatten, und heute haben wir das gehört, und auch nicht. Das weiß ich noch nicht, wie das mit dem Spiel aufgefallen ist. Mein höchster Interesse vom Spiel liegt einfach nur. Verbindung zum Internet wird gestaltet. Hey, wir müssen noch Internet helfen. Wer hat das gedacht? Dann werde ich mit der Switch auch einen Dye-Agelung gewischt. Diese Geräusche lacht. Da habe ich mich vor allem zu retten. Der Junior Klexer kann ich noch eine Geräusche auch um den zu angekommen. Aber wir haben einfach auf die WZ-Levelung. Also mir gilt ein Run YOLO-like an den Online-Modi für nach 5 Minuten noch so abzufüllen. Also ich möchte doch auch die Dau alle offline an den Dau, was auch am Spiel an. Ich möchte nichts, kann ich auch nicht mit dem Kollegen spielen. Wir gehen also auf Standard-Kampf, was ich schon will, wenn es alleine oder so ein bisschen quatscht. Da spielen wir selber gemütlich auf Standard-Kampf. Ich bin also wirklich 24 Levels durch und komme noch 3-4 Stück, eben 3 Levels an dem Endbus. Und ich denke, es kann gut sein, dass du heute noch ein paar Wochen neu kennst, für den Bus, wo du gehst, oder vielleicht wie Klesisch, da kann ich rauskommen. Demnach ich das auch mit Level 21 und gehen noch viele Neulinge und gehen noch viele, die bis ich auch besser sehen, und gehen auch auf wie viel die Level 50 am Maximum hin. So was das. Also den Revier-Kampf auf dem Moluskelboden, können wir ein bisschen diskutieren, auch mit dem ganzen Level, die verdauen. Also es ist eben begeistert von der Weltzonen von Neuf. Da hat er bestimmt verfallen. Aber es setzt mir aber um, dass das Spiel teilweise sehr viel recycelt wird. Ja, ich kann auch nicht mehr an dem Spiel. Es ist sehr viel recycelt wird. Und, ähm, ich bleibe noch bei der Theorie, Splatoon 2, also auch die 2 am Ausrufezeichen, ähm, Ich hätte nicht missen sehen, dass wir durchgehen, wenn das Splatoon Deluxe gemacht hat, und dann einfach so zu einer Blu-Kritte auf der Switch, Ports, DLCs, whatever. Ähm, ähm, äh, Thema oder so, um so gut, genau, wie gut geht es. Wenn es da gemacht hat, dann sind wir so, äh, Seasons, Updates. Da hätte ich gesagt, okay, cool, auch noch für die Story ansetzen könnte man, dass es einfach gesagt hätte, äh, wenn ich geschah, dass wir nur 10 Levels bekommen haben. 10 Levels haben wir durchgehen. Ja, Gott, da sind wir die Besten vom Besten von der Welt. 10 Levels haben wir durchgegangen, aber auch noch aber, es ist schon so eine Hoffnung, dass ein End-Final-Boss-Fight, aber wirklich interessant wird gehen. Äh, das ist wieder dafür speziell für... Okay, ja, der Boss haben verlobt gelevelt, da geht das nicht. Da sieht also, wie nach dem Spiel heute so frei dran geht, da sieht es schon ein Matchroom angefangen, und da sind einfach... Da ist das Spiel alles einfach so abgebaut. Du musst halt daran nur spielen, fährstens den Levels, also den, äh, Fischkitten, auf die Klede aufzulevelern. Die müssen dem nur noch laufen. So, lass mal dazu zwei hier gerade. Das ganze Teil nur eine Minute lang hat dem nur geguckt. Und, voilà, du hast den Comeback hier, guck dir, ich stelle den, du gehst da ab, hier. Also, ach, das ist das Schwierig hier im Land. Es gibt einfach keine Community, die sind dann mal materiell gesucht, äh, gesucht, mich nicht aufhören. Also, ich bedauere mich, dann hat es leider auch so, dass ein Spielwert am Funkpotenzial hat. Weil, im Ausland, wird es gehalten, die Japaner zu verhören. Das ist komplett der Ruf bei dem Spiel. Und, äh, auch in Deutschland, das Spiel, gut auch gesehen, französisch, und auch in der englischen Community. Na gut, denn das ist einfach so gut für das Spiel. Und, äh, jetzt mehr Litzbücher, kriegen da drin das Geberg, wenn wir am eSport, oder einfach am kompetitiven Gaming, jetzt League of Legends, Fifa, warte mal noch, 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 eine kleine Nische. Na, das muss ich noch im Vorzug gehen. Voilà, da will man dich gut, als ob am Oktoboy ein kleines Runde geholt. Ähm, das ist gut, aber gut. Dann, ich werde doch mit dem letzten Playhack da sein, sobald ich den Boss gepackt habe. Man, kann es so gut sehen, dass ich vielleicht noch kommentiert, wenn ich dann eben schaue, wer das noch frei zu schalten. Ich muss gucken, wie ich es mache, mit den Leuten, die mal auch von Anfang an geguckt haben, die auch noch dabei sind, und die bleiben noch noch, bis zum Schluss dabei. Das wäre das, wir könnten eigentlich Vorspielen und Sparke und du kannst ja da, was in den Jast, wo vorne spielen geht, sieht das so aus. So, und ich will zum nächsten Mal gucken. Ich hoffe, dass heute Part, Jubiläumspart, Spaß gemacht. Und ich gebe es so, bis nächsten Samstag. Alle, ihr macht es gut. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Christian. cuei. Sch resistol. Rялロöhm. ねg. 真的 Amiga und becomes Impfung, ンäger färb, 列on. Untertitelung des ZDF, 2020